hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von familie und gedöhnt dem podcast zur lage der familie produziert von demo für alle ja wir sind bereits in der 32 folge und auch die wird natürlich wieder moderiert von dir kerstin und von dir moritz ja richtig die sommerpause im bundestag ist ja vorbei aber ich muss wirklich sagen ich bin immer noch in bester sommerlaune denn wie du siehst draußen scheint die sonne und zwischen uns stehen zwei wunderschöne gläser april spritz ich weiß nicht wie siehst du das kaste wieso sind sie noch voll stimmt das ist eine sehr berechtigte frage das wird sich hoffentlich gleich ändern ja dann lass uns doch anstoßen auf diesen noch wunderschönen sommer der sich auf einmal ganz überraschend eingestellt hat ja und dem noch sehr sehr fernen sehr sehr fernen herbst genau darauf trinken und auch selbstbestimmungsgesetz war das falsch ne das war richtig also nicht also darauf dass es abgelehnt wird natürlich also jetzt weg mit der plorre ah fantastisch zu deiner zufriedenheit absolut zu meiner zufriedenheit hast du eine sehr gute mischung angestellt mit schöner orange es könnte mehr drin sein in dem glas ja das gibt haben keine größeren gläser wechsel ich ein paar maßgrüge ja stimmt du hättest einfach so einen kaffeebecher voll schütten können apropos kaffeebecher ja kaffeebecher haben wir leider keine mehr aber wir könnten ja mal ein buch verlosen an unsere wert zuhörerschaft sehr schöne idee das ist eine fantastische idee zumal ich ja just jüngst über zwei drei bücherchen gestolpert bin die bei uns hier noch da liegen und auf neue besitzer warten und zwar das buch transideologie von dem finnischen erziehungswissenschaftler erziehungswissenschaftler oder tapio puliamatka bin ich großartig oder bin ich großartig dass ich diesen finnischen namen einfach fehlerfrei ausgesprochen immer noch nachdem er schon so lange also es ist ja monate her seit er bei uns gesprochen also ich dachte nachdem ich apropos getrunken habe oder das nicht genau also ich würde sagen liebe zuhörer wenn sie dieses buch also eines dieser ich glaube zwei haben wir noch eines dieser beiden exemplare gewinnen wollen dann schreiben sie jetzt etwas richtig richtig nettes in die kommentare würde ich sagen oder das ist das gewinnspiel genau so machen wir die frage ist gewinnt gewinnen die beiden ersten oder die beiden besten also die beiden kreativsten ja würde ich sagen genau das heißt wir werten die beiden kommentare ja vielleicht werfen wir auch einfach alle kommentare die kommen alle auch die ja die werfen wir in einen auch die späten wir müssen trotzdem eine frist festsetzen machen wir gleich also auf jeden fall kommen die alle in einen großen lostopf und dann losen wir den den aus die beiden die dieses buch gewinnen das finde ich eine tolle idee spontan bin ich einfach immer noch am besten genau was war noch die frage ach so die die deadline weiß ich auch nicht ja eine woche ab erscheinen genau ja so machen wir es sehr schön dann haben wir ja das wichtigste schon geschafft oder können wir aufhören ja oder hast du noch themen mitgebracht ich habe was mitgebracht ich weiß nicht ob du was mitgebracht hast ich habe was mitgebracht aber mal was ganz anderes ja was denn also wir zwei haben uns ja vorher abgesprochen dass wir heute mal keine schlagzeilen mitbringen aber das wissen ja unsere zuhörer noch nicht genau im übrigen das wollte ich noch ergänzen weil ja kritische nachfragen kommen wir trinken natürlich echten alkohol wo denken diese zuhörer überhaupt hin was denken die sich dass wir dann hier mit kaffee oder tee sitzen und dann zu tun als ob das ist aber leider sehr ich bin nun ja kommen wir wieder zum thema zurück wir haben also keine schlagzeilen mit genau sondern wir haben naja wie soll man das nennen wir haben konzepte strategie papiere aus der lgbtqi plus und sternchen sternchen xqx bewegung mitgebracht die aufzeigen dass sie schon seit sehr vielen jahren ziemlich elaboriert an der durchsetzung ihrer agenten arbeiten und das auch ziemlich frei in büchern und aufsätzen niedergeschrieben haben und das läuft und lief recht erfolgreich und wir gucken heute mal hinter die kulissen und zeigen auf wie diese strategien funktionieren also es ist ja ein thema das in gesprächen diskussionen kommentarspalten und so weiter immer wieder aufkommt also die frage genau genau das ist das ist das schwierige an diesem thema sozusagen man ist ja sozusagen relativ schnell bei diesem thema dem vorwurf ausgesetzt man würde hier verschwörungstheorien verbreiten wollen aber deswegen weil wir das ja nicht tun sondern weil wir uns ja an die fakten halten haben wir uns ja deswegen heute ganz bewusst ja eben auf die aussagen dieser organisation dieser lobby selbst eben ja gestützt oder stützen uns eben auf die papiere und und strategien von denen die sie selbst auch veröffentlichen im netz also das ist hier nicht spekulativ was wir eben machen sondern wir haben uns eben angeschaut was haben sie hier eigentlich da schon alles publiziert was haben sie schon ja gesagt und das ist erstaunlich offen ja zum teil und damit kann man vielleicht auch eine von diesen vielen fragen auch mal beantworten die ebenso oft auftauchen ist das jetzt gesteuert ist das geplant gibt es da irgendwelche gruppen interessens verbände und so weiter dahinter die auch wirklich das zum ziel haben oder ist es mehr oder weniger eigentlich so eine zufällige entwicklung oder vielleicht sogar auch eine die ja so von unten als graswurzel bewegung oder sowas genau ja ja also genau ich würde würde sagen wenn sie heute zuhören und bis zum schluss dabei bleiben werden sie mindestens vier stichhaltige argumente danach herrnach oder hinterher in der hand haben die aufzeigen dass das ganze tatsächlich einer echten strategie folgt also dass sich da leute gedanken gemacht haben und dass diese strategien abgearbeitet werden und durchgesetzt werden und bevor das gegen argument kommt natürlich heißt das nicht immer sozusagen dass immer alles nach plan läuft oder dass sozusagen es nicht auch irgendwie abweichungen beziehungsweise gegen bewegungen geben kann ich meine wir sind der beweis dafür dass es ja gegen bewegungen gibt die doch nicht immer alle einkalkuliert sind aber sozusagen es gibt auf jeden fall diese pläne genau es gibt die köpfe dahinter die sich diese pläne ausdenken also die die sie die wissen man kann das ganze nicht dem zufall überlassen sondern wenn wir wollen dass wir mit unseren themen durchdringen dass wir mit unseren ansicht mit unseren wertesystem durchdringen wollen dann brauchen wir strategien das benennen die auch ganz oft und das werden wir uns jetzt mal genauer anschauen ich habe mir als erstes ein buch herausgesucht dass auch als das sogenannte homosexuellen manifest oder als homo agenda bekannt geworden ist obwohl natürlich die verfasser und auch die gruppierung die damit gemeint ist natürlich nicht so gerne hören und eigentlich auch abstreiten dass es da irgendein manifest oder eine agenda gebe natürlich alles ist mir auch egal wir können das auch einfach so nennen wie es heißt nämlich sein buch das ist 1989 erschienen in amerika art the ball wie amerika in den 90er jahren seine angst und seinen hass auf schwule überwinden wird das ist geschrieben worden von marshall kirk einem psychologen und dem pr-berater hunter madsen die eine ziemlich präzise beschreibung in dem buch abgeben was die schwulen bewegung in amerika tun muss um ihre agenda in anführungszeichen amerika durchzusetzen um angenommen und akzeptiert zu werden in der gesellschaft das war die idee und man muss wissen in dieser zeit war es gerade auf so einer art höhepunkt oder es lief gerade die große aids welle und das stand zu befürchten das schreibt beschreiben die auch selber so dass das was sie bis dahin schon geschafft hatten für die schwulen bewegung sich wieder ins gegenteil verkehrt nämlich indem dann aids griff in dem zeitpunkt dann schon eben auch heute heterosexuelle menschen auch über und das dann sozusagen die schwulen bewegung und das schwule schwul sein und sowas identifiziert wird mit aids als negative konnotation und das dann alles in sich zusammenfällt das war sozusagen etwas worauf sie reagieren mussten und dem vorausgegangen war schon ein aufsatz 1987 im guide magazine das ist so ein lifestyle magazin das ist eigentlich wenn man sich damit beschäftigt vielleicht sogar am besten man liest nur diesen aufsatz weil der einfach komprimierter ist und das buch ist dann die 400 seiten lang ja auswälzung des ganzen aber wenn man natürlich freude an solchen sachen hat kann man das ganze buch lesen ist allerdings nur noch antiquarisch zu erhalten also wenn man das möchte muss man relativ viel geld zurzeit auf den tisch legen um dieses buch zu bekommen wie gesagt dieser artikel ist dann einfacher im netz zu lesen und der gibt im grunde genommen schon wieder worum es eigentlich geht also die sagen es braucht eine kampagne und diese kampagne besteht aus einem sechs punkte plan mit dem hauptziel dass homosexualität akzeptabel gemacht werden soll und zwar so wie so ein achselzucken also die amerikaner sollen sozusagen wenn sie an homosexuelle denken mit den achseln zucken und sagen was ist jetzt mal eben da und wenn das erreicht ist wenn dieses diese gleichgültigkeit im thema gegenüber erreicht ist dann hätten sie alles geschafft was man in rechtlichen und sozialen punkten irgendwie erreichen kann so und diese sechs punkte welche sind das erste ist so laut und so oft wie möglich über schwule und schwul sein zu sprechen also es geht sozusagen im kern nicht darum alle zu überzeugen also man wird fanatische schwulen hasser so haben sie das genannt nicht davon überzeugen die schwulen nicht mehr zu hassen aber das entscheidende ist die öffentliche meinung zum thema schwul sein zu ändern und das schafft man eben am besten indem man immer wieder über dieses thema spricht damit es eine gewisse normalisierung erfährt dass das wenn das thema auftaucht das ist ebenso wie alle anderen themen passiert das halt und man muss dieser religion die noch ein ziemlich kräftiges zugpferd sozusagen gegen die homosexualität auch argumentativ dargestellt hat wissenschaft entgegenstellen kennen wir heute auch das ist mit der wissenschaft die wissenschaft entgegenstellen und die öffentliche meinung das sei schild und schwert um sozusagen diese dieses religiöse argument zu entkräften und das hätte man schon bei scheidung hätte das super funktioniert bei abtreibung hat das gut funktioniert jetzt will man das eben auch bei dem thema homosexualität benutzen das nächste wäre schwule als opfer darstellen nicht als aggressive herausforderung das heißt man muss schwule als schutzbedürftige opfer darstellen sodass ein heterosexueller sagen sie das auch reflexartig dazu neigt die rolle des beschützers zu übernehmen also das wären weil sie sagen dass ein heterosexueller aus grundlos sozusagen schwule verteidigt das passiert eher nicht also bei frauen schon eher bei männern eher nicht und wenn man aber die opferrolle sozusagen so groß macht weil sie eben so viel diskriminiert werden etc. pp. gibt es einen größeren zugzwang der heterosexuellen sich einzusetzen für diese vermeintlichen opfer man muss also diesen beschützern das ist auch der dritte grund diesen beschützern einen guten grund geben sie zu verteidigen also es geht nicht darum homosexuelle praktiken zu unterstützen das ist denen auch mal ganz wichtig wenn man über schwulsein redet geht es nicht darum über sexuelle praktiken zu reden sondern immer um sexuelle rechte um freiheitsrechte um menschenrechte und antidiskriminierung das wären die themen die für jeden heterosexuellen sozusagen nachvollziehbar sind und auf dem man mitfahren kann das vierte ist schwule gut aussehen lassen also ein schwules opfer muss für den heterosympathisch gemacht werden er muss ein oder der schwule der dann als opfer dargestellt wird muss ein jedermann sein der nette typ von nebenan sein gleichzeitig aber sagen sie sollte man unbedingt auf celebrities abstellen also irgendwelche schwulen promis aber gar nicht unbedingt der jetzt zeit sondern dann gibt es da so einen riesenbogen von sokrates über shakespeare die seien alle schwulen alles klar shakespeare ist ja auch was neues shakespeare fand ich auch interessant aber da gibt es ja die wüstesten theorien über shakespeare dann kann er jetzt auch schwul sein himmel also das hat man da stimmt es gibt ja Theorien das ihn gar nicht gibt also kann man ja ich kenne das als dass es ein autorenkollektiv war kenne ich noch und dass es eine frau war natürlich schwulisch und dann haben die schwulen sich überlegt und waren auch noch schwul oder großartig also gut aussehen lassen indem er entweder so ist wie du ne der nette typ von nebenan oder haben prominent wie ich also eins am einen kann man sich dann aussuchen sehr gut und gleichzeitig fünftens so leute wie uns jetzt wiederum die schikanierer die bösen schlecht aussehen lassen also das ist das ist sozusagen das ist so ein zweifaches ziel also zum einen soll der der mainstream mensch von schuld und scham gefühlen geplagt sein wenn er sozusagen den reißenden mobs sieht die sich da auf die armen schwulen stürzen also sie kleckern da auch nicht sondern klotzen da ja nehmen wir bilder vom ku klux klan wie die eben schwule da umbringen und sowas also das dass man so das allerschlimmste nimmt was in so einer gesellschaft existiert da zeigt dass sie mit schwulen hart ins gericht gehen in welcher form auch immer so dass bei dem orthonormalverbraucher ein riesen schuld und schamgefühl existiert mit denen will ich mich überhaupt nicht gemeint sind so möchte ich gar nicht sein man man schafft eben bei dem normalverbraucher diese diese schamgefühl aber auch bei denjenigen die ressentiments gegenüber homosexualität haben wie begründet auch immer auch ein distanzierungsbedürfnis so schlimm möchte ich jetzt auch nicht sein also man nimmt dann eben ein bild von hitler und ihr seid dann aber ist es der norm wir kennen es dann sagt man dann sozusagen ja ich bin jetzt dagegen irgendwie aber aber nein so schlimm bin ich dann auch nicht sozusagen das ist natürlich dann schon so auf der dessen sie sofort an genau seine position zu relativieren weil ich sehe das ja in dem punkt sehe ich es ja anders oder hier bin ich ja dann von mir aus sollen jetzt schwule schwulenclubs haben ja von mir aus sollen schwule in der werbung sein so um nicht in einen topf geworfen zu werden mit den ganz ganz schlimmen und das sechste ziel das ist überhaupt das hauptding um spenden werben und dann haben sie noch eine ausgefeischte strategie wie man um diese spenden wirbt und wie man in die erst in die printmedien kommt und später in die fernsehmedien um wirklich aktiv für diese ganze agenda sehr viel geld zu sammeln da haben sie auch so ein schönes beispiel also zum einen hatte ich ja gerade schon gesagt dass man eben in die werbung von ganz normalen zeitungen reinkommt aber gleichzeitig auch auf autobahnplakaten werbung platziert und da patriotische botschaften sendet und zwar hatten die so ein beispiel da drin da steht dann auf dem plakat drauf in russland sagen sie dir wie du sein musst in amerika haben wir die freiheit wir selbst zu sein und die besten zu sein und das verbunden mit homosexualität also dann hat man das feindbild russland ganz schlimm und also war funktionierte 89 ja noch super jetzt ja auch wieder genau aber damals funktioniert das eben auch schon das sind die bösen und wenn die das jetzt doof finden dann bin ich ja als amerikaner verpflichtet homosexualität super zu finden das war so ein beispiel man hat dann die angenehme botschaft in den köpfen die sich dann rein bohrt und die öffentlichkeit wird sich zudem an den anblick solcher werbung gewöhnen und an den anblick in der werbung ganz allgemein und im fernsehen genau also wie gesagt diese strategie die sie da schon entwickelt haben haben sie dann in dem buch noch mal weiterentwickelt da geht es dann vor allem um so drei wesentliche schritte desensibilisierung jamming und bekehrung die erwähne ich jetzt noch mal ganz kurz weil so ein bisschen habe ich ist es jetzt eh schon mit drin gewesen also desensibilisierung heißt eben dass man homosexualität nicht mit emotionalität betrachtet sondern mit gleichgültigkeit da haben die auch so ein schönes beispiel dazu gebracht also so wie du einfach sage ich stehe auf vanille du eben auf schoko so ist das eben mit mit der homosexualität ja die einen mögen das eben ich nicht aber deswegen darf er das ist ja wie eine eissorte in dem ganzen in dem die eine liebt baseball der andere fußball so beschreiben sie das eben und eine liebt eben kinder der andere männer und der andere so dazu kommen wir vielleicht später es ist nichts besonderes und so wie würden das sagen sie auch an einer anderen stelle so wie man sich jeden tag eben duschen muss ja meine güte also es ist halt so so in dieser gleichgültigkeit soll der mensch hinein oder in diese gleichgültigkeit soll der mensch hineingebracht werden wenn er an homosexualität denkt das ist die desensibilisierung also es soll kein skandal mehr sein wenn du homosexuell siehst darüber sprichst wie auch immer dann gibt es das jamming der sogenannte störvorgang das ist das was ich gerade schon beschrieben habe diese wütenden homo hasser die dann eben vom durchschnittsbürger abgelehnt werden und man selber der noch irgendwas ablehnt will aber auch kein wutbürger sein und so geht man eben schritt für schritt weg von von dem dass man das irgendwie kritisieren kann so also es gibt dann erst erst darf man eben nicht mehr schreien dagegen dann darf man nicht mehr normal sich äußern dagegen dann darf man auch nicht mehr flüstern dagegen und überhaupt nichts mehr dagegen sagen so das wäre der störvorgang und das dritte ist dann schließlich die bekehrung ich finde auch interessant dass die mit diesen begrifflichkeiten arbeiten dass immer mehr menschen mit der homo bewegung sympathisieren während die verbliebenen gegner verunglimpft und ausgegrenzt werden also das ist dann der letzte schritt dass man die richtig niedermacht das sagen sie auch ganz direkt also da muss richtig was passieren die müssen richtig an den pranger gestellt werden ja also wenn man sich das anguckt was die damals geplant haben vor 30 jahren vor über 30 jahren kann man nur sagen dass er ziemlich gut funktioniert also dieses schritt für schritt eben da so eine absolute normalisierung bis hin zu stigmatisierung eben von irgendeiner kritischen äußerung dazu hat ja ganz ganz wunderbar funktioniert und was ich ganz interessant finde ist dass sie vieles schon vorweg gesehen haben kann mal ein zitat noch daraus also ihnen war schon klar dieses ganze ding wird eine ganze weile dauern als sie seien diese geschichte kann sehr lang dauern vermasseln sie es nicht gerichtet an ihre eigene bewegung vermasseln sie es nicht indem sie verrückte übertriebene dragshows oder paraden veranstalten die die kinder schockieren bleiben sie auf lange sicht dabei und sie können all diese dinge tun paraden und dragshows wenn die gesellschaft fest hinter ihnen steht aber bis dahin müssen sie sehr klug sein das heißt die haben vor 30 jahren schon gesagt so ich weiß eigentlich geht es euch darum dass wir das machen wollen aber das müssen wir jetzt mal noch ein stück zurück schrauben bis die gesellschaft so weit ist und dann können wir es machen und wir wissen dass es seit zehn jahren so ist oder seit 15 jahren dass diese paraden durch unsere städte laufen wir haben die drag queen story hours wir haben drag shows als im fernsehen völlig normal völlig akzeptiert und das ist auch interessant dass sie dann damals war es noch ja lasst mal die ledermänner mit schnurberten und die drag queens und bullen lesben die die lassen wir mal weg in den werbespots tauchen nur die netten auf die netten jungs und die die frauen und dann schaffen wir das also wenn wenn die werden für euch diese türen öffnen und tatsächlich haben die das sehr sehr gut geschafft und jetzt überlegt mal wenn man dieses buch nimmt und all das wo schwulen bewegung steht ersetzen würde durch trans bewegung oder noch einen schritt weiter gedacht pädophilie bewegung auch da können wir jetzt schon bestimmte punkte sehen die desensibilisierung desensibilisierung ist bei pädophilie in vollem gang also wie oft lesen wir jetzt artikel darüber ja es gibt ja so tolle pädophilie programme und keinen nicht alle werden täter die meisten und was uns da erzählt wird die meisten haben das im griff und natürlich kann pädophil ein kindergärtner sein der hat wenn der das im griff hat es gibt doch die tollen programme und die wollen das ja und das ist nur ein kleiner kleiner teil von denen und diesen das ist die müssen natürlich hart bestraft werden das ist ja das was gerade passiert zum thema pädophilie also liebe zuhörer googeln sieht es mal das hat massiv zugenommen dass uns erzählt wird wie groß die gruppe der pädophilen ist die doch gar nichts böses wollen ja ja das ist ein sehr guter vergleich also dass sozusagen dass man bei verschiedenen anderen themen dann sagen die noch irgendwie damals viel zu krass gewesen sein dass man jetzt quasi dieselbe die gleichen kampagnen schritte noch mal angewandt sieht mir ist auch sofort aufgefallen als du das jetzt vorgelesen hast noch noch andere punkte die man jetzt sehr gut verwirklicht sieht die sowohl den ersten als auch den letzten schritt noch mal kombinieren also sowohl die gleichgültigkeit als auch dieses auch damit dem patriotischen was du gesagt hast also dass man heute dass das so angekommen ist in der gesellschaft dass man wenn man jetzt so ein klassisch struktur konservativer mensch ist dass man diese dinge eigentlich ganz integriert wunderbar integriert hat in seine eigene lebenswelt also du hast in den usa videos von amerikanischen soldaten in der ganz klassischen paradeuniform wie sie anstatt die usa flagge eine regenbogen flagge zusammenfalten zu so einem dreieck also quasi die 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 äußere struktur ist immer noch so ganz klassisch wie man das so kannte vor 50 60 70 jahren aber sozusagen der inhalt ist ein komplett anderer geworden oder jetzt letztens quasi ich habe ein video gesehen von von ein paar jüngeren cdu-lehrerinnen mit einer cdu flagge auf einem csd ich glaube hannover oder bremen war es mit einer cdu flagge auf einem csd also quasi die haben ja mittlerweile auch wegen dort die cdu weil es ja auch so interessant sozusagen dass so eine partei die ja so jahrzehntelang so als das christlich konservative bollwerk galt sozusagen ist es auch auch so dabei ist so integriert wurde in diesen prozess dass es auch völlig normal ist in diesem in diesem sinne aus dieser richtung kommt dass das das ganze irgendwie mitzutragen und zu fördern also man hat das ganze so wunderbar eingebaut in unsere gesellschaft auch jetzt bei kirchen und so wissen wir auch ja von kirchen die regenbogen flagge es gibt sogar in den gottesdiensten regenbogen flagge oder zugehörigen segnungen und so weiter sodass das quasi so ein fester bestandteil geworden ist dass man wirklich quasi einerseits so ein bisschen gleichgültig der dem gegenüber ist andererseits auch quasi aus so einer vermeintlich konservativen patriotischen sicht das ganze sozusagen betrachten kann also sozusagen das sind ja also das hatte auch mal ein cdu oder gesagt aus hannover vor ein paar monaten das sind ja unsere werte und so also man man verkauft es sozusagen wie als wenn man jetzt der neue konservative ist steht ja genau ja also hochinteressant weil das hat ja auch genau das ergebnis von dem was du jetzt gerade vorgelesen hast und und das mit den das müssen kirchen gerade noch mal sagt weil das wird auch expresses werbes so beschrieben also für die die scheinen ja wie die momon was ganz ganz schlimmes zu sein die werden immer mal erwähnt eben auch weil die wohl recht erfolgreich zum beispiel in den 80er 90ern so werbung gemacht haben für ihre sache also die werden so eher als dass wir müssen das machen wie die und dann kriegen wir das auf jeden fall mehrfach erwähnt jedenfalls sagen sie nämlich auch dass man sich unbedingt an so gemäßigte kirchen wenden muss also in amerika ist das noch mal ein bisschen breiter als in deutschland oder genau ein sehr sehr großes spektrum eben auch in dem da gibt es auch sehr viel liberale religiöse vereinigungen und dann sagen die da die muss man alle nutzen und deren auch vielleicht nicht ob die das so sagen dass man deren verunsicherung oder das deute ich jetzt mal rein deren verunsicherung bei dem thema nicht anecken wollen nicht verscherzen zu wollen oder sowas aktiv zu nutzen um sozusagen dann zu zeigen hier seht mal diese ganzen kirchen stehen hinter uns und das ist sozusagen auch als religiöser mensch muss man auf diesem homo zug sozusagen mitfahren sonst ist man eben ein stock konservativer fanatiker das ist ja immer das ist ein sehr guter das ist sehr gut weil das passt auch zu einzelnen kampagnen ganz gezielt in den letzten jahren wie die dann auch aufgetreten sind dass ich erinnere mich an an die entsprechende kampagne zur ehe für alle in irland ich glaube nicht mehr das jahr wann die war und da habe ich mir damals so ein kampagnenvideo angesehen von den für wortern eben und da waren eben nicht einfach nur die schrillen mit bunten haaren irgendwie so mit piercings im gesicht oder so so klischeehaft sondern da war eine alte omi ja die stand dann da ganz nett mit ihrem mit ihrem kleid in ihrer handtasche und ihrem stöckchen und hat dann aber halt eben diesen diesen button da an ihrem reviert gehabt und hat dann erzählt ja das ist doch ist doch völlig in ordnung und so hochinteressant weil man dann ja auch so ein sympathieträger hatte der für die gesamte gesellschaft eigentlich auch total nett ist ja und den man ja auch eben als was konservativer was christliches sogar waren ja genau man kann sich ja wirklich fragen was soll das warum müssen die denn die kirchen so okkupieren warum brauchen die den segen also warum also wenn sie tatsächlich christen sind müssten sie eigentlich verstehen dass das nicht ganz so zusammenpasst mit dieser vereinigung mit einem gleichgeschlechtlichen menschen dann würde man ja eigentlich theoretisch würde ich mal so sagen einen großen bogen um die kirche machen und sagen das ist einfach nicht mein club das funktioniert nicht es geht nicht zusammen es gibt aber ganz viele andere möglichkeiten sich religiös anzustellen wo das wo das passt aber sie besetzen ganz bewusst diese räume und rutschen immer weiter da rein um sozusagen dann den den raum für diejenigen die da noch was dagegen haben immer enger zu machen und kleiner zu machen also sie können sich noch nicht mal mehr jetzt berufen auf ihr christsein genau auf die bibel oder sowas weil es eben schon genügend christliche gruppierungen vereinigungen gibt die sagen nö das ist doch ganz wunderbar genau ja also das das heißt nicht du bist jetzt christ das heißt nicht sozusagen dass du da irgendwie dem kritisch gegenüber stehst oder so nein das heißt dass mal da du kannst doch wunderbar mitmachen bei der ganzen geschichte oder auch so ist daraus ist verständlich warum warum denn das so wichtig war warum denn nach wie vor die die segnung auch jetzt in der katholischen kirche so wichtig ist statt zu sagen wir wechseln den klub aber gut ja vieles vorgelesen hast sozusagen man 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 spannt die gesamte gesellschaft ein und am ende bleibt dann nur noch sozusagen ein total fanatisierter genau und den kann man locker ausstoßen das ist ja gerade in zeiten von von zensur gesetzen und hate speech gesetzen und solchen sachen ja kein problem mehr ja oder canceln in dem sinne dass er ihm verunmöglicht wird und dann ich finde das ich also ich von diesem buch erfahren habe war ich echt beeindruckt mit welcher deutlichkeit die das vor über 30 jahren schon formuliert haben und mir ist sehr sehr klar geworden leute natürlich gibt es eine agenda das ist nicht einfach irgendwie passiert oder sowas sondern das ist ganz bewusst gemacht worden und das sind strategien von denen man viel lernen kann und vor allen dingen wenn wir uns jetzt anschauen wie diese sachen funktionieren wie wir möglicherweise andere züge die gerade laufen die noch viel viel dramatischer sind ich habe es ja gerade schon angesprochen mit der pädophilie wie wir da dagegen gehen können an welchen stellen wir dagegen gehen müssen also dass wir eben nicht sagen naja und das ist ja schon noch in ordnung das ist doch genau nein ein ganz klares nein du sagst es ja immer schiefe ebene salami taktik sie schreiben das ja auch salami taktik sie schreiben sie auch davon sie kennen es ganz genau der heiße freude der frosch im heißen wasser wir machen jetzt die herdplatte aus wir holen den frosch da raus ich habe in dem fall zuerst mal von meinen beiden themen kein konzeptpapier strategiepapier mitgebracht zuerst mal einen ganz normalen doch eine noch eine art schlagzeile sozusagen tanzt sich ein bisschen aus der reihe aber du wirst gleich sehen das ist trotzdem ich habe so eine geniale idee jetzt kommst du rein ja schon ohne schlagzeile ja warte warte aber es passt wirklich zum thema es heißt die milliardäre hinter der lsbt bewegung von jennifer bielek einem amerikanischen autorin hat das veröffentlicht bei first things 2020 wurde dann auf deutsch für demo für alle tatsächlich übersetzt da kann man dort auch immer noch nachlesen den gesamten artikel und der ist deswegen sehr interessant weil du ja gerade bei der besprechung von after the ball beschrieben hast dass ja eine der punkte auch sei dass man homosexuelle als opfer darstellen soll dass man sozusagen zeigen soll ja wie diese diskriminiert werden wie sehr sie sich ja quasi von unten nach oben kämpfen müssen um eben auch mitleid zu erwecken und interessant ist dass dieses klischee dieses bild von von dem ewigen opfer des homosexuellen ja tatsächlich auch nicht der realität entspricht man könnte das an anderen vielen gesetzes initiativen und so weiter festmachen aber auch an der simplen tatsache dass hinter diesen bewegungen hinter diesen organisationen die da politische initiativen vorantreiben auch eben eine ganz ja sehr finanzstarke bewegung von unternehmen von stiftungen und ngos steht und finanzstarke ist tatsächlich nicht untertrieben denn dieser artikel geht auf ein ein konkretes beispiel ein man könnte auch noch mehrere nennen dass das wirklich sich auch lohnt im detail zu lesen weil ich kann sozusagen logischerweise nicht alle verflechtungen wiedergeben weil es eben sehr sehr weitreichend ist aber im grunde jetzt bei dem beispiel um john striker john striker ist enkel eines chirurgen der wiederum ein unternehmen für chirurgische ausrüstung und dann mittlerweile auch für chirurgische software gegründet hat klingt ziemlich langweilig auf den ersten blick könnte man sagen aber das ist ein milliardenschweres unternehmen also die haben über zehn milliarden dollar am jährlichen umsatz das ist wirklich ein großer player und john striker der enkel dieses gründers der nicht nur logischerweise sein vermögen geerbt sondern auch dadurch weiterhin fortsetzt indem er große anteile an dem unternehmen hält ist aber eigentlich in erster linie sozusagen oder vor allem auch ein homosexuellen aktivist also er ist selbst homosexuell und hat 2000 eben eine stiftung gegründet mit dem namen arkus foundation die mittlerweile eben auch zu den größten netzwerkern oder oder spendern oder unterstützern im ganzen lsbt-milieu nicht nur in den usa sondern tatsächlich weltweit gehört ja man kann vielleicht um zu einzuschätzen wie viel eigentlich arkus so sozusagen auf der auf dem konto hat die haben allein das steht in dem artikel allein in den drei jahren zwischen 2007 und 2010 fast 60 millionen us-dollar an verschiedene andere organisationen verteilt das heißt die haben selbst sozusagen jetzt in dem fall vielleicht nicht im milliarden bereich aber doch im hohen millionen bereich eben an finanzmitteln die sie für ganz unterschiedliche dinge ausgeben sie geben stipendien an einzelne aktivisten oder journalisten heraus sie geben also awards preise für besondere einsätze im für die lsbt belange aus sie sponsern andere lsbt-organisationen auf kleinere auf nationaler oder auf kommunaler ebene sie investieren in inhalte die sie wiederum spenden an schul und bildungsprogramme an interessanterweise polizeiausbildungsmaßnahmen auch an sportvereine an kulturvereine aber auch wie wir es gerade eben auch schon hatten an verschiedene religiöse vereinigungen tatsächlich also die sind wahnsinnig breit aufgestellt und sie spenden oder sie sie unterstützen mit ihrem vielen geld eben eine ganz große bandbreite an organisationen und personen die versuchen eben kulturell medial religiös und natürlich nicht zuletzt politisch einfluss im sinne der lsbt-agenda zu nehmen es gibt da einzelne interessante verflechtungen die 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 da ganz spannend sind also vor allem ist interessant dass es oft nicht nur um einzelpersonen bei diesen milliardären handelt sondern oft dass die ganze familie dahinter steckt in dem falle von diesem john striker sind beispielsweise beide seiner schwestern die auch dementsprechend milliardenschwer sind auch wiederum mit relativ wohlhabenden leuten verheiratet sind sehr engagiert in diesem bereich beispielsweise seine schwester pet striker arbeitete sehr lange mit einem homosexuellen aktivisten namens tim gill zusammen der wiederum auch eine lsbt-organisation betreibt und selbst auch an einer software firma anteil hält deswegen selbst auch relativ finanzstark ist und das sind interessant weil er diese tim gill und eben pet striker haben eben relativ lange beispielsweise an initiativen gearbeitet und finanziert die in einzelnen us-bundesstaaten in colorado eben für die ehe für alle beispielsweise sich ganz stark eingesetzt haben und dabei ist interessant wie sie das beschreiben also in einer in einer in einer rede für john striker wiederum bei einer verleihung von einem besonderen lsbt award den er bekommen hat bemerkte dieser tim gill eben dass ich zitiere aus dem artikel dass er und john seit ihrer bekanntschaft gemeinsam pläne geschmiedet und integriert haben wandern waren und ski gefahren sind und gleichzeitig die bösen bestraft und die guten belohnt haben also das ist eigentlich fast wie so eine bilderbuch geschichte von so sinistren netzwerken in dem fall dieses so wandern und skifahren wobei man halt irgendwie große pläne schmiedet aber das ist natürlich ein zitat von ihm also er hat das ja dass ich bei der rede auch tatsächlich gesagt interessant ist dass eben diese arkus foundation von diesem striker eben wie ich schon sagte nicht nur in den usa bleibt sondern sie hat beispielsweise auch an illegal europe gespendet das ist entlang die inter lesbian gay association europe also eine der größten oder vielleicht sogar der größte lsb lsb in dem fall dachverband in europa und gleichzeitig kommt das t ins spiel an transgender europe also den größten transgender dachverband in europa also hier haben quasi hier auch die wiederum bei der wahnsinnig vielen mitgliedsorganisationen in verschiedenen europäischen ländern haben also die haben hier eben auch auf europa stark ausgegriffen gleichzeitig haben sie an mitarbeitern auch an stipendiaten und an preisträgern leute die wiederum zum teil in der vergangenheit aktuell gearbeitet haben für die vereinten nationen für die europäische union für george soros open society foundation in so einem klassiker zu bringen einer der mitarbeiter hatte mal wiederum für die novo stiftung gearbeitet die wiederum von dem sohn von warren buffett also auch einem milliardenschweren bekannten persönlichkeit in den usa tätig war also hier sieht man sozusagen dass das ganze wahnsinnig weit verzweigt vernetzt und unglaublich professionell ist also hier sozusagen weil der geld ja keine rolle spielt können sie all die strategien du ja auch von genannt hast sozusagen wunderbar in die tat umsetzen weil ja leute eben auch da wie diese striker sich ja auch relativ leicht natürlich zugang zu medien oder zu politik verschaffen können gerade in den usa wo ja zum beispiel kandidaten für den senat oder für den kongress ja ganz stark abhängig sind von privaten geldgebern über diese sogenannten packs also wo man eben geld sammeln muss und wenn dann halt eben jemand kommt und sagt naja gut wenn du die die ehe für alle einführst gebe ich dir so viel geld als man sehr platt gesagt das funktioniert natürlich dort noch mal besonders leicht oder umgekehrt der kandidat selbst ist schon aus der gruppe also das war nämlich auch das hatten die als es um diese anzeigen ging wie man diese anzeigen in die zeitung und später ins fernsehen bekommt war eine der kühnen strategien wie sie das nannten war nämlich dass man lange vor wahlkämpfen schwule sympathische kandidaten einsetzt oder da rein versucht reinzubringen und die sollen dann da einfach nett aussehen und sozusagen dadurch das schwul sein weil sie ja werbung für sich machen müssen als kandidaten und dann sind sie eben nebenbei noch ganz ganz schwul würde sozusagen der der schwule mit der werbung schon mal in dem fernsehen sein oder in der zeitung und dann kann man das politische weglassen so haben sie das auch beschrieben und dann ist eben nur noch die schwule im fernsehen ja interessant interessant eigentlich recht simpel aber es funktioniert eine tollkühne strategie genau genau ja ja und genau und so rekrutieren sie ja natürlich dann auf in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen bereichen mitstreiter oder verbündete allies sozusagen wie man das in der in der szene ja auch nennt und wenn man sich sozusagen das ist auch in dem artikel aufgelistet mal ansieht welche organisationen alle irgendeinweise mit gerade mit diesen allein nur wenn diese arkus foundation verbunden sind dann geht einem ruhig das eine oder andere licht auf ich kann jetzt nicht die ganze liste vorlesen weil das wirklich sehr lange ist verlinken oder genau auf jeden fall der artikel ist generell lesenswert es sind natürlich ein paar bekannte organisationen dabei so wie amnesty international wie planned parenthood beispielsweise oder outright action might das könnte auch jedem dem einen oder anderen ein etwas sagen oder human rights watch natürlich aber natürlich auch ganz ganz viele andere organisationen von denen man teilweise nicht mal wusste dass es die überhaupt gibt ja also beispielsweise der hat schon mal gehört von einem zentrum für transgender recht oder für von einem zentrum für fortschritt in amerika das sind so also klar gut ist jetzt auch usa spezifisch aber sozusagen auch ich glaube auch dort wird das nicht jedem etwas sagen aber das sind organisationen die halt eben einen ganz großen zugang zu politischer wirtschaftlicher und medialer macht verfügen und gerade dass die sich ja auch sozusagen so breit aufstellen und nicht nur in einem bereich engagieren in anführungszeichen zeigt dass es eben hier auch neben nicht einfach so eine zufällige graswurzelbewegung ist dass die die mal nicht eben ja die mal angefangen haben indem sie vielleicht in ihrem in ihrem stadtviertel ein bürgerbüro eröffnet haben und haben da versucht für irgendwas stimmen zusammen oder so sondern dass das eben wirklich top down auch inszeniert wird das ist auf der einen seite vielleicht ein bisschen ernüchternd oder demotivierend wenn man sagen könnte gegen solche leute oder gegen solche organisationen hat man sowieso keine chance aber andererseits muss man glaube ich sagen ist dass sich bewusst werden dass es so ist also das ist so dass es so mächtige organisationen da gibt glaube ich ein wichtiger schritt um auch die ganzen prozesse zu verstehen und dann glaube ich kann man auch leichter tatsächlich dagegen protestieren auch wenn es auf den ersten blick erstmal nicht so wirkt ja zumindest braucht man halt nicht so überrascht tun genau die sich dann eben mit viel geld wehren oder dass man also den feind kennen das glaube das ist eins was so ein zu in seinen kriegsstrategien ja auch auch ein stratege mit erwähnt dass wenn man den feind kennt dann hat man die schlacht ich weiß nicht schon halb gewonnen oder eigentlich schon ganz gewonnen mein mann wüsste das zitat weiß ich jetzt auch nicht habe es schon lange her wo ich ihn gelesen habe aber ja aber ja im grunde ist es so ja und nicht nur das ich glaube auch das kommt noch hinzu dass man auch nicht was ja manchmal auch im konservativen gereist recht üblich ist nicht naiv vorgeht also im sinne von wir pochen jetzt mal darauf der journalist muss doch mal verschreiben oder dieser richter muss doch mal jetzt das richtige urteil fällen weil sozusagen diese vernetzung ja hinter den kulissen teilweise so intensiv und so langjährig auch schon ist dass man eben nicht sagen kann dass man dass man nicht hier auf fairness sozusagen bauen muss wenn das teilweise leute aus denselben netzwerken sozusagen sind ja dann werden wir einfach milliardär das ist eine sehr gute idee hatte ich ohnehin vor was ja unsere zuhörer jetzt nicht sehen können ist dass jetzt mit dem wechsel des kapitels oder das thema sozusagen unsere gläser ja auch auf wundersamer weise wieder aufgefüllt wurde ja verrückt das heißt ich würde sagen ich gar nicht mitgekriegt wie ist das denn passiert meine güte luxus popuxus ja also nun ja also irgendwie vielleicht ist das mit dem trinken auch nicht so ganz passend zum thema ist eigentlich so ernst ja aber das ist ja bei uns immer die diskrepanz ach so ach so sonst hatten wir auch ernste themen ja das war willkommen in unserem podcast vielleicht höre ich mir die noch mal an ja 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 weil ich habe jetzt hier ein artikel mehr herausgesucht aus einer renommierten zeitschrift internationalen zeitschrift für lehrplanforschung lehrplanforschung ja und zwar das curriculum inquiry journal und in diesem journal ist ein artikel erschienen mit dem namen ich sage gleich auf deutsch drag pädagogik die spielerische praxis queerer imagination in der frühen kindheit oder worum geht es also es geht darum dass ein erziehungswissenschaftler und ehemaliger grundschullehrer namens harper keenan und das die der duo drag queen lil mess hot mess zusammen geschrieben haben darüber wie man drag queen story hours pädagogisch in grundschulen und kindergärten einsetzt und welchen mehrwert diese drag queen story hours für die kinder und dann auch wieder im rückschluss auf die für die bewegung haben darüber haben die sich relativ ausführlich ausgetauscht in diesem artikel und geben viel preis über das was eigentlich hinter diesen drag queen story hours über die wir ja auch schon ein paar mal gesprochen haben steckt also noch mal kurz für alle dies noch nicht wissen oder noch nicht gehört haben drag queens sind diese lustig oder unlustig verkleideten männer in völlig aufreizenden überdimensionierten perücken schminke kleidung gestylten verwandlungen dann durch die gegend rennen und sonst eigentlich in irgendwelchen rot licht bars auftreten und aufreizend tanzen die sitzen jetzt vor kleinen kindern in bibliotheken oder grundschulen und lesen aus märchen büchern vor was aber in der regel bücher sind die sich mit dem thema trans oder gender oder transgender beschäftigen und das sind diese drag queen story hours die gibt es inzwischen auch in deutschland in der schweiz in österreich zuletzt gab es ein bisschen aufregung mal in münchen also so viel die vorgeschichte dazu das ganze kann man eben auch pädagogisch analysieren und das haben die eben getan und man merkt sofort bei dem beim lesen dieses artikels dass die autoren sehr genau wissen worauf kleine kinder anspringen und was das vertrauen herstellt und nähe herstellt zwischen dem leser und den kindern nämlich dieses sich verkleiden in unterschiedliche rollen schlüpfen in fantasiewelten eintauchen sich künstlerisch kreativ austoben regeln brechen kindliche überzeugung aber auch weltbilder auf den kopf stellen und ganz nebenbei schleust man sich eben schummelt man sich eben in die herzen dieser kinder deswegen die kommen ja da und lesen nicht nur sondern die singen mit den kindern die tanzen mit den kindern dann dürfen die kinder sich in der regel auch verkleiden und schminken also das ist ja ein ganzes ganzes großartiges buntes programm worauf die kinder in der regel stehen und es ist auch ganz bewusst so entschieden worden sozusagen das konzept zu adaptieren was davor ja schon existierte das nämlich eine sich als prinzessin verkleidende verkleidete frau aus einem buch vorliest in dem es um eine prinzessin geht so das war ja sozusagen das ursprüngliche konzept und das pervertierte man oder ja doch mal ganz zusammen das pervertierte man eben durch diese drag queens die dann also männer die verkleidet sind als prinzessin oder queens als königin dann sich vor die kinder setzen und eben ganz bewusst aus diesen trans büchern vorlesen und sie beschreiben das auch so dass diese drag performer sich ihren weg aus den schummrigen bars ich sagte ja von die waren ja vor allen dingen in so rotlicht bars oder burlesken shows zu hause ganz bewusst diesen weg aus der schummrigen bars in den schwulen viertels in die neon lichter der bibliotheken und klassenzimmer gebahnt haben ist ein zitat aus diesem aus dem aufsatz es geht dann darum wenn eine drag queen diesen klassenraum oder den bibliotheksraum betritt dann will sie in der regel aufmerksamkeit auf sich ziehen und zwar durch schock aber auch bewunderung neid auf ihre verkörperte performance es geht darum aufzufallen und sie sagen das so das heilige kunstvoll zu entweinen ach das sagen sie so steht das da drin durch stil bewegung und gestik destabilisiert die drag queen story hour viele der alltäglichen annahmen über die geschlechtsspezifische verkörperung das leben im klassenzimmer also das heißt indem sie ja verkleidet also der typ verkleidet als frau der reinkommt oder umgekehrt gibt es ja auch hatten wir jetzt auch in münchen genau das drag kings also frauen verkleidet als prinzen oder könige aber eben immer in so einer ganz pervertierten form ja auch oder grotesken form auftreten brechen sie eben schon mal die regel die die kinder kennen mit der sie groß geworden sind wie eine königin oder eine prinzessin aussieht und wie ein könig aussieht oder ein prinz und das dann geht es schon ganz genau darum dass das kind sich dann eigentlich fragen soll oder dahinter kommen soll ja ein prinz muss ja gar nicht unbedingt ein mann sein das kann ja eben auch eine frau sein so also das soll ich das soll eben in den kindern wachsen und je und deswegen treten sie so bewusst in diesen alltag der kinder ein also man könnte auch sagen bleibt doch einfach da wo ihr wart oder geht in den zirkus oder sowas und wenn die kinder dann wollen und die eltern das wollen für die kinder dann trifft man das dann da ne sie gehen ganz bewusst an orte die eigentlich so also die eigentlich der alltag sind für die kinder und erschüttern diesen alltag dieser kinder und sie erwischen damit auch alle kinder also nicht nur die wo die eltern das wollen so die kleinen werden angeregt sich ebenfalls zu verkleiden und zu schminken und können auf diese weise spielerisch die grenzen ihrer männlichkeit oder weindlichkeit ausloten auch das ein ziel von denen viele drag queens reflektieren ziemlich klar das wird da beschrieben dass das diese drag queen story hours ihnen erlaubt beziehungen zu jungen menschen aufzubauen also das wird ganz konkret so formuliert dass man ja normalerweise als drag queen oder drag king gar nicht die möglichkeit hat an kinder anzukommen aber durch diese sache schon und das ist für viele auch eine möglichkeit um ihre eigenen diskriminierungs erfahrungen die sie als kind gemacht haben oder als jugendlicher gemacht haben aufzuarbeiten also jetzt überlege mal stellen sozusagen bewusst eine situation her um eine psychotherapie zu machen oder anstatt eine psychotherapie zu machen konfrontieren sie andere kinder damit mit sich selbst mit ihrer verunsicherung und kriegen dann aufgearbeitet was sie damals als kind traumatisiert hat indem sie jetzt was normal weitere kinder traumatisieren irre völlig irre also das ist ja so die idee das heißt man lässt sozusagen ganz bewusst auf kinder leute zu die die kinder instrumentalisieren wollen um ihre eigenen problemen ihre eigenen traumata fertig zu werden also wahnsinnig fahrlässig ja richtig aber zumindest sagen sie das so dass das für viele eben die möglichkeit ist dann endlich mal diese traumata aufzuarbeiten es geht natürlich um durchbrechen von schamgrenzen das benennen sie auch ganz klar so also weil ja scham ist ja in deren weltbild auch falsch und deswegen muss es durchbrochen werden und das ist eben eine gute möglichkeit das zu tun und außerdem bietet drag queen story hour den kindern eben nicht nur die möglichkeit das lgbt leben kennenzulernen sondern auch darum zu erfahren wie man queer lebt also auch das ein formuliertes ziel in diesem aufsatz interessant fand ich dass sie auch darüber schreiben das kommt ganz zum schluss dass es ja innerhalb der drag queen szene auch kritik an diesen drag queen story hours gibt und jetzt weniger so in die richtung was wir auch schon mal gesehen hatten ich weiß nicht ob das im podcast schon mal erwähnt hatten mit der kitty dem euro einer drag queen aus amerika der sehr massiv kritik an diesen drag queen story hours im fernsehen im internet übt und eben sagt das hat mit kindern nichts zu tun und das ist eine grenzüberschreitung und das ist eine erwachsenenwelt und damit lasst bitte die kinder in ruhe und liebe eltern hört auf mit euren kindern dahin zu gehen geht mit denen lieber in den zoo oder in den zirkus sondern ich meine jetzt noch mal eine andere oder die meinen eine andere form von kritik und zwar dass innerhalb der szene gesagt wird na wenn ihr da zu diesen kindern geht dann gebt die der ganzen drag queen bewegung ja so einen familien anstrich und dann sagen die dazu na wir teilen diese pessimistische sichtweise nicht also das ne sie sagen jetzt nicht wieso her familienfreundlich doch toll und das sind doch kinder da müssen müssen wir jetzt familienfreundlich sein sondern das ist sozusagen pessimistisch gedacht wenn wir jetzt irgendetwas zerstören würden nur weil wir uns jetzt hier mal so einen familienfreundlichen anstrich geben und dann verdrehen sie das dann noch und sagen naja zum einen gibt es ja eben die möglichkeit dass die familien und die kinder unsere queere kultur kennenlernen und damit offener werden für unsere kultur und damit können wir uns noch viel viel mehr erlauben sondern dass familie ja auch ein weiter zu fassender begriff ist nämlich wir die menschheitsfamilie oder wir die drag queen familie und das meinen wir jetzt mit familienfreundlich weil das interessante ist ja das ganz oft als argument dann nicht von den drag queens selber sondern von journalisten oder anderweitigen verteidigern politikern zum beispiel im munde geführt wird ja hier steht doch aber das ist eine familienfreundliche veranstaltung oder die machen das doch ganz familienfreundlich und in der tat wenn man sich gerade hier in deutschland diese veranstaltung der fotos anguckt ist das recht zurückhaltend noch wir kennen ja die bilder aus england und amerika da laufen auch ganz andere nummern aber wenn ich das jetzt schon wieder lese also dass es zum einen eine bewegung gibt die seit uhr macht bloß nicht so ein familienfreundlichen kram dann bringt uns das ja total in verruf und die sich damit werden und sagen ja pass mal auf das ist jetzt hier wir nennen das familienfreundlich die checken aber nicht dass wir mit familie was ganz anderes meinen als die und dass die krux ist dann wenn die verteidiger dieser sache nicht merken dass sie ihnen die ganze zeit auf den leim gehen und das familienfreundlich überhaupt nicht das meint was sie was sie damit implizieren ja also begriffe haben dann unglaublich gemacht ja weil familienfreundlich klingt ja erstmal wahnsinnig positiv gerade auch so aus christlich konservativer sicht aber muss halt immer fragen was ist genau mit dem begriff gemeint in dem fall wird ja hier auf dem city aus ganz anderes gemeint als das was jetzt ein ja ein christ oder ein konservativer oder sonst was damit meinen würde beispielsweise also irgendein kritiker der drag queen story hours und das machen sie dann zum schluss kulminiert diese die verteidigung dieser familienfreundlichen des familienfreundlichen ansatzes dann in dem satz den muss ich mal noch vorlesen weil er das doch recht deutlich macht worum es dem eigentlich geht wir machen uns schick wir wackeln mit den hüften und wir finden unser licht sogar in den neonröhren wir lesen bücher während wir die blicke der anderen lesen und wir hinterlassen eine glitzerspur die nie wieder aus dem teppich herauskommen wird also sehr deutlich sehr poetisch aber es ist auch klar worum es geht also der glitter ist jetzt nicht der freundliche feenstaub sondern das ist ihre spur die hinterlassen wollen in unserer gesellschaft und in den köpfen der kinder und das ist ja eben auch so eine sache das eine ist natürlich kann man die schieflage in der gesellschaft und so alles was da passiert kritisieren und muss man auch und dagegen angehen aber wenn es an die kinder geht wird es noch mal dramatischer und das ist hier ganz 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 klar der fall und zwar sowas von bewusst und gezielt also wer wer da nicht aufwacht und jetzt immer noch sagt naja ach das ist doch irgendwie ganz lustig also der hat wirklich nicht verstanden oder der will es dass die kinder auf einen völlig anderen weg gebracht werden verstört werden verwirrt werden sich dann anfangen zu fragen will ich nicht doch in dem anderen geschlecht leben und wie das geht wie man dann schön im anderen geschlecht leben kann und wie das gesellschaftlich akzeptiert wird ich glaube darüber redest du jetzt gleich wieder mal eine wunderbare überleitung wenn ich es nicht besser wüsste würde ich denken du hast da was vorbereitet ja so was kommt mir sehr schön ja du warst völlig recht es geht bei mir um auch um ein leitfaden ein leitfaden für aktivisten und lobbyisten der wunderbar zu dem aktuellen thema des selbstbestimmungsgesetzes passt auf das auf dessen ja verhinderung wir ja zu beginn dieser folge ja angestoßen haben worum geht es ich stelle einen leitfaden vor mit dem titel only adults fragezeichen gut practices in legal gender recognition for youth übersetzt ist doch bitte gleich guck mal ich habe meine titel auch direkt im deutschen vorgelesen um unsere 50 hörer auch zu beglücken also nicht dass sie über 50 nicht auch englisch kann ich denke an meine mutti die freut sich aber auch nicht besonders nett wenn du das so sagst ja aber die würde dazu stehen ach so ja dann ist das schon in ordnung ist wenn du das mal auf deutschland gut es heißt nur erwachsene fragezeichen ja dann gute beispiele gute praktiken in der rechtlichen ja gender oder oder geschlechtsidentitäts anerkennung von jugendlichen das ist ein bisschen sperrig aber ich erkläre gleich habe ich dich damit ein wenig in verlegen es ist ein es ist man kann das nicht so flüssig übersetzen würde ich mal sagen außer jemand korrigiert mich gerne auf jeden fall geht es darum also der leitfaden ist von november 2019 und er wurde veröffentlicht zum einen von der organisation international lesbian gay bisexual transgender queer und intersex youth and student organization kurz igl y o iglio ja ein dachverband von über 95 lsbt-organisationen so viele klickt ländern ja also nicht in deutschland ist es wie gesagt in über 40 ländern zu denen aber auch einige deutsche organisationen wie zum beispiel das recht bekannte jugendnetzwerk lambda e.v dazugehört oder in österreich die homosexuelle initiative wien iglio wenn ich das so aussprechen kann wird unter anderem finanziert laut eigenen angaben durch die eu der europarat european youth foundation und auch interessanterweise das niederländische bildungsministerium aber nicht nur iglio hat diesen leitfaden herausgegeben sondern es gibt auch mit herausgeber ganz interessant das passt so ein bisschen auch zu meinem ersten thema stichwort finanzstark stichwort mächtig nämlich einmal die thompson reuters foundation das ist eine stiftung von der von reuters also eine der weltweit größten und wichtigsten nachrichtenagenturen und medienunternehmen die wie man wenn man so reuters auch die nachrichtenagentur ein bisschen verfolgt sehr großen wert auch auf die thematisierung von lsbt in ihrer berichterstattung legen dann ein weiterer mitherausgeber ist dentons das ist das weltweit also eigene angaben zumindest weltweit größte anwaltsnetzwerk und hat natürlich in jeder großen großstadt und der hauptstadt weltweit eigentlich im büro in dem fall an diesem papier haben die büros von paris brüssel und sondern zusammen gearbeitet auch in zusammenarbeit wie sie schrieben mit mehreren internationalen partnerkanzleien also hier stecken sozusagen relativ viele große organisationen unternehmen und auch ja durchaus auch viel geld eben dahinter und dieser leitfaden besitzt nun eine unglaubliche sprengkraft nicht nur deswegen weil eben sowohl staatliches als auch privatwirtschaftliches geld und macht hier hinein geflossen ist sondern weil eben auch ähnlich wie das was du gerade eben über den drag pädagogik leitfaden und aufsatz eben erzählt hast auch hier geht man wahnsinnig offen damit um mit dem was man eigentlich will und wie man eigentlich dabei vorgehen will was will man eigentlich die hauptsächliche das hauptsächliche ziel dieses leitfadens beziehungsweise der autoren dieses leitfadens ist im wesentlichen das was wir jetzt auch mit selbstbestimmungsgesetz in deutschland verwirklicht sehen beziehungsweise es geht noch ein ticke weiter es geht vor allem darum dass man jegliches mindestalter für die rechtliche änderung eines geschlechtseintrags abschafft soweit ist das selbstbestimmungsgesetz noch nicht aber es demonstrieren ja auch eine oder andere da dafür beziehungsweise die vollständige rechtliche anerkennung einer selbst gewählten einer selbst definierten geschlechtsidentität also das das will man und in tuge dessen will man sozusagen jegliche hürden jegliche voraussetzungen wie eine nachgewiesene geschlechtsdysphorie oder eine operation oder irgendeine medizinische untersuchung auf jeden fall fallen lassen das soll dabei überhaupt keine rolle spielen und zweiterweise trifft sich das nicht mit dem deutschen selbstbestimmungsgesetz sondern wir haben diese phänomene ja mittlerweile in ganz ganz vielen ländern wir haben sie jetzt in spanien gehabt mit dem leitrans wir haben sie in schottland gehabt ja das ist sozusagen auch tatsächlich eine sache die in ganz europa und darüber hinaus aktuell stattfindet ganz zentral für diesen leitfaden ist dass das elternrecht abgeschafft oder ausgehebelt werden soll und zwar schreibt der leitfaden ganz deutlich dass der staat gegen eltern vorgehen soll wenn diese wie sie schreiben die freie entwicklung der identität einer jungen trans person behindern sie sehen nämlich darin eine wie sie schreiben restriktive und problematische sache wenn eltern zustimmen müssen wenn ein minderjähriger sein geschlechtseintrag ändern will also das ist etwa etwas was ja auch im selbstbestimmungsgesetz bei den minderjährigen ja sogar auch noch drin ist also hier die sehnacht gehen natürlich noch mal einen schritt weiter sie begründen das alles mit dem sogenannten prinzip des kindesinteresses best interest of the child heißt das im original was sie natürlich nie im zusammenhang mit den eltern sehen sondern das kindesinteresse wird am besten vom staat gewährleistet sie sagen der staat beziehungsweise öffentliche institutionen müssen gewährleisten dass dann eben dieses prinzip angewandt wird und nicht dass da die eltern irgendwie dazwischen pfuschen interessant ist nun ganz besonders was für taktiken innerhalb dieser gesamtstrategie ja diese lobby organisation iglio mit ihren unterstützern da vorgeschlagen wird sie haben nämlich elf empfehlungen für kampagnen die sie auch anhand von fallbeispielen aus verschiedenen europäischen ländern eben noch mal darlegen wir können sich auf alle im detail eingehen aber ich werde mal ganz kurz so ein bisschen drüber gehen was so die wichtigsten punkte sind weil die wirklich sehr erhellend sind wie wir auch forschen hörten wahnsinnig offen wahnsinnig ehrlich und auch gerade im zuge auf wie man damit umgeht ja auch sehr interessant sind zum einen sagen sie lsp-organisationen sollen in erster linie jugendorganisationen versuchen zu überzeugen vor allem auch von parteien ja sie sollen quasi an die jungen leute herangehen weil wenn sie die gewonnen hätten dann wäre es ein wahnsinnig wichtiger verbündeter weil wenn es die jugend kommt und sagt wir fordern dieses oder jenes in progressiven dingen dann sozusagen wäre der gedruck auf die älteren generationen deutlich größer natürlich sehen wir auch gerade mittlerweile in deutschland sozusagen dass ja auch gerade die älteren im blick genommen werden wir haben das bei wahlkampagnen von den grünen jetzt diese diesem jahr gesehen bei der letzten bundestagswahl und so weiter aber weil wir auch schon mehrere schritte weiter sind ja man hat die jugendorganisation schon im blick genommen jetzt geht man halt auch auf die anderen generationen aber die sind als erstes zu überzeugen dann ganz wichtig in der argumentation soll man die menschenrechte heranziehen menschenrechte das ist was haben dagegen will niemand stehen niemand will dass ihm vorgeworfen wird er würde menschenrechtsverletzungen irgendwie gut finden oder gar selbst begehen deswegen das ist ein ganz wichtiges argument das ist ja wie bei after the ball das ist wie bei after the ball ganz genau also überschneidungen sind glaube ich ziemlich offensichtlich ganz ganz interessant und wichtig finde ich ist dass ganz explizit empfohlen wird keine gesetzlichen kompromisse einzugehen ja also so ein klassiker den man auch auf konservative seite häufig sieht so dieses ja gut wie wir solange es jetzt nicht so schlimm ist wie wir es uns gedacht haben solange es nicht so schlimm ist wie sie es jetzt gefordert haben oder gut wie wir dann gehen wir auf die einen schritt zu und so weiter und es ist hoch interessant zu sehen dass die gegenseite das von vornherein ausschließt sie sagen auf diese weise würde man immer dem eigentlichen ziel hinterher hinken ja und in diesem sinne ist sogar das selbstbestimmungsgesetz wie es aktuell in deutschland entworfen wurde wahrscheinlich sogar für die nur ein kompromiss könnte man sagen ziemlich interessant auch sie sagen man muss schneller sein als regierung und medien also sie empfehlen dass die lsbt-organisation am besten noch vor beginn eines gesetzgebungsverfahrens in die debatte eingreifen und ihrerseits einen sehr sehr prozessiv einen maximal entwurf für das gesetz was auch in dem fall also als selbstbestimmungsgesetz eben vorlegen und sozusagen von vornherein wie sie schreiben die agenda der regierung viel besser formen können ja weil man da die leute ja vor sich ertragen weil sie sagen nämlich auch also dass man eben gleich von vornherein medien beispielsweise sensibilisieren muss für ihr thema dass sie das eben nicht negativ beeinflussen diese kampagne das heißt das beginnt ähnlich wie du das auch bei after the ball beschrieben hast alles sehr sehr früh natürlich ja man hat man hat man muss einen langen atem beweisen das geht nicht in eine legislaturperiode oder so sondern die die man ist auch interessant die denken wahnsinnig langfristig und wir sehen das ja auch sozusagen jetzt auch beim aktuellen selbstbestimmungsgesetz wir hatten gesetzentwürfe ja lang bevor die aktuelle regierung das in den koalitionsvertrag geschrieben hat von den grünen von der fdp von ngos ja wir haben in deutschland den bundesverband trans dachverband für transgender-organisation 2011 arbeiten die ja an der veränderung dieses oder an der abschaffung des transsexuellen gesetzes zwei interessante punkte sind noch hierbei zu nennen und zwar zum einen dass man an eine beliebte reform anknüpfen soll das empfehlen sie also sie sagen dass wenn man die erfolgschancen erhöhen will muss man die kampagne hier mit dem thema transgender eben an eine reform an eine aktuelle reform anknüpfen die im allgemeinen wesentlich mehr positiven zuspruch in politik medien gesellschaft erfährt sie nennen als beispiel eben die ehe für alle ja die ehe für alle ist mittlerweile ja auch so nach dem muster von after the ball in der gesellschaft so richtig angekommen integriert aber viele weitere schritte eben noch nicht was ja vorhin auch schon gesagt ja dass man so weiter vorgeht dann auch mit transgendern pädophilie und so weiter und so ist es ja in dem fall ja auch hat die ehe für alle die wurde hierzulande eingeführt 2017 ja mittlerweile ist ein paar jahre vergangen da kann man sozusagen jetzt den nächsten schritt draufsetzen und man kann eben quasi im windschatten von diesen dingen eben immer auch andere themen mit transportieren und das ist etwas wo dem dem vor allem und andere kritiker damals bei der ehe für alle schon gewarnt haben auch stichwort leihmutterschaft was ja jetzt auch kommt und es bewahrheitet sich halt rückblick dass es eben einfach also ein dammbruch zieht halt eben dann auch eine ganze welle eine ganze woge nach sich die dann eine menge mit sich reißt und in dem fall ist auch interessant wie sie in dem papier das formulieren sie schreiben dass diese beliebtere kampagne hinter der man die eigentliche kampagne verbirgt oder mit der man das mit eben transportiert dass diese beliebte kampagne soll einen veil of protection bieten also eine art schleier des schutzes ja also das das ding schon so nach verhüllen nach verstecken hochinteressant der letzten punkt den ich hier nennen möchte bei der taktik ist ja auch sehr interessant nämlich zu viel öffentlichkeit vermeiden ja und zwar eben dass eben nicht gleich irgendwie widerstand entsteht das nicht gleich irgendwelche eltern irgendwelche juristen oder kirchenvertreter oder wer auch immer sozusagen auf die barrikaden geht sondern von vornherein eigentlich eher darauf setzen zuerst die politiker zu überzeugen bei dem für das über das gesetzgebungsverfahren und dann erst die medien also der gedanke ist man muss im direkten gespräch politiker überzeugen so dass die position einer partei von innen her verändert wird anstatt sie in erster linie von von außen durch mediendruck zu verändern ziemlich geschickt muss man auch sagen was auch tatsächlich hierzulande auch wunderbar geklappt hat ja also man hat zwar jetzt aktuell auch in der auch von der cdu beispielsweise kritik am selbstbestimmungsgesetz aber das ist würde ich mal sagen auch vor allem deswegen geschuldet weil sie ja in der opposition sitzt die frage ist natürlich immer was wäre wenn bestimmte parteien dann in der regierung sind und sind mit koalitionspartnern zusammen die dann schon voll dahinter stehen und so weiter also da kann man auch viel schneller dann die position einer partei kippen und auch hier wie gesagt wenn man sich dieses papier mal durchliest kann man viel leichter verstehen nicht nur bei dem thema selbstbestimmungsgesetz beziehungsweise transgender sondern auch bei vielen anderen progressiven gesetzentwürfen wie diese schritte eigentlich ablaufen weil das letztlich auch übertragbar ist wir hätten irgendwas positives nein wir haben wir haben was positives am schluss und ich bin positiv und zwar ich habe es vorhin schon angerissen wenn man sozusagen versteht wie es sozusagen vorgegangen wird kann man sich würde ich sagen auch viel leichter nicht nur dagegen wehren sondern man kann auch viel eher verstehen man kann auch von ihnen lernen ja wir haben hier dieses diese diese forderung erstmal keine kompromisse einzugehen oder man hat hier die forderung ja auch beliebtere formen anzuknüpfen oder umgekehrt bei vor allem was du von after the ball gesagt hast dass man ja auch mit einer langen sicht vorgehen soll ich denke solche dinge kann man auch bei den abwehrmaßnahmen oder bei der verteidigung von eher familie und kindern eben ansetzen weil diese mechanismen ja nicht alle zwangsweise sozusagen in sich schlecht sind sondern es ja auch darauf ankommt ob sie was gutes gebraucht oder ja ja natürlich allerdings ist die grundvoraussetzung sozusagen von der anderen seite irgendwie schon mal eine ganz ganz andere und wenn die schon irgendwie so in jahres jahrzehnten zyklen denken müssen wir ja in jahrhunderten inzwischen denken das ja das stimmt also das ist natürlich es ist aber nicht schlimm oder ja meine güte dauert es eben noch ein bisschen genau das klingt das klingt schlimm aber sagen wir mal es ist trotzdem deswegen ja weder unmöglich noch sollte man deswegen ja die flinte ins korn werfen weil ja es sich ja letztlich immer lohnt also wir haben es ja gerade auch gerade bei dem thema drag pädagogik gesehen weil es ja auch wichtig ist gerade auch für wenn das nicht das heilige entweit werden soll wie das diese drag pädagogen ja so 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 deutlich sagen dann lohnt es sich ja ganz besonders sozusagen da gegen vorzugehen unabhängig davon wie lange ja also immerhin also ich würde mal sagen wir haben unser unseren teil getan wir haben die dinge mal offen präsentiert wir haben das jetzt an die öffentlichkeit gebracht wir haben hier vier interessante beispiele beziehungsweise drei beispiele für strategien und einmal ein netzwerk aufgezeigt das ganze ist hier das ist nicht irgendein kind jetzt des zufalls und der der jetzt ist es eben mal dran oder sowas sondern da sind ganz ganz gezielt menschen mit strategischem und pr und propagandawissen und sehr sehr viel geld am werk und versuchen unsere welt zu verändern oder unser unser zusammenleben zu verändern und das haben wir dann zumindest heute mal in äther gestreut genau und dann und vielleicht haben ja unsere zuhörer für die kommentarspalten die ein oder anderen impuls die andere idee sozusagen wie man auch damit am besten umgeht vielleicht können wir auch ein bisschen sammeln sozusagen auch an ideen was man dagegen alles tun kann wie man sich dagegen am besten ja als verteidiger von ehe und familie am besten wehren kann ich bin sehr gespannt ich glaube schon auch einige gute ideen vielleicht sollten wir uns auch mal hinsetzen und ein strategie papier machen vielleicht wäre das schon mal der erste schritt das wäre vielleicht auch eine idee für eine weitere folge ja die nächste folge wird erstmal wieder etwas lustiges ach so ja das braucht mein herz ich meine jetzt ist es gott sei dank ein bisschen schön noch draußen und du hast mich ja hier auch abgefüllt dann geht es sowieso aber um den herbst überstehen sollten wir demnächst wieder was fröhliches machen also es war noch nie lustig hier aber wir haben es zumindest irgendwie immer lustig rüber gebracht liebe zuhörer wir grüßen hedwig wenn sie bis hierhin durchgehalten hat und alle anderen hörer die bis hierhin durchgehalten haben verzagen sie nicht sondern setzen sie sich jetzt hin und entwickeln sie eine strategie wie aus der ganzen sache wieder rauskommen wie sie für ihre kinder und kindeskinder eine zukunft hinterlassen die jetzt grinst nicht so es ist so du schaust mich an wie ein wie ein jünger kerstins ich bin einfach optimistisch das ist doch das ist das gebot der stunde also ich glaube die leute sind alle jetzt weg weil die schon an einem strategie papier jetzt sitzen ja zu recht jetzt reden wir nur noch für uns doch auch in ordnung nein aber der punkt ist ganz einfach der man muss wie man das werden die es werden die internet nutzer verstehen man muss die weiße pille schlucken und hört hört was ist mit der roten pille ja die ist ja schon link der hat die ist schon durch verdammt das habe ich wieder nicht mitgekriegt das ist schon durch die weiße pille ist sozusagen für die optimisten und die schwarze pille ist für die langweiler die so passiert jetzt gerade ausgedacht nein es ist kein witz ist wirklich kein witz können gewiss auch einzelne kommentatoren bestätigen white pils sozusagen also ich merke immer dass ich ein bisschen aber nur marginal älter bin als du das ist halb so wild wir ergänzen uns doch da glaube ich ganz gut ich denke auch so haben wir hier verschiedene zielgruppen angesprochen also machen sie es besser als wir selber gehen sie optimistisch in den herbst also der moritz ist ja optimistisch stimmt ich kaum noch auf meiner roten pille ein bisschen rum machen die sich und trinken bis zum nächsten mal adee you you Untertitelung. BR 2018